Wir begrüßen Sie in der S5 nach Breisen. Bahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie die weiterhin gültige Maskenpflicht bei der Mitfahrt in den BNV. Bahnhof. 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 Nächste Station. Riegel am Kaiserstuhlort. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Riegel am Kaiserstuhlort. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächste Station, Endingen am Kaiserstuhl, Ausstieg in Fahrtrichtung links Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020